Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gendiagnostik, ein Paradebeispiel dafür, wie nützlich und hilfreich die Gendiagnostik in der täglichen Praxis ist, ist der Erreger Trichophyton ben Hamee. Das ist ja ein immer noch relativ neuer Pilz, der etwa vor zehn Jahren durch die Nacktmeerschweinchen aus Japan zu uns gebracht wurde. Inzwischen ist dieser Erreger der mit Abstand häufigste zoophile Erreger bei Kindern. Und dieser Erreger ist nicht einfach. Klinisch nicht einfach und mikrobiologisch auch nicht. Er ist nicht einfach zu identifizieren. Als wir den zum ersten Mal gesehen haben, haben alle gedacht, das ist ein Mikrosporum Canis. Je älter die Kultur wurde, desto eher hat er einen Trichophyton mentagrophitis erinnert. Und es ist keines von beiden. Es ist ein neuer Pilz, Trichophyton ben Hamee, der man zweifelsfrei eigentlich nur mit der Gendiagnostik identifizieren kann. Das zweite Problem, die schweren Krankheitsbilder bei den Kindern. Viele bekommen eine tiefe, eitrige Tinia capitis. Andere Kinder haben eine generalisierte Tinia corporis. Viele Kinder sind natürlich schon vorbehandelt, weil man muss bei Kindern schnell handeln. Aber ein vorbehandeltes Kind, was in eine dermatologische Praxis kommt, wird in der Kultur negativ sein. Und das ist an der Stelle der dritte Vorteil der PCR-Diagnostik, dass man den Erreger auch unter einer Therapie nachweisen kann. Da muss man schnell handeln. Die PCR kann das. Innerhalb von zwei Tagen hat man das Ergebnis. Und die PCR ist vor allen Dingen so exakt. Sie kann genau sagen, Mikrosporum canis, Trichophyton mentagrophitis, Trichophyton ben Hamee. Denn von der richtigen Erregerdiagnose hängt die richtige Therapie ab. Denn eine Tinia capitis muss immer systemisch behandelt werden. Und man sollte so früh wie möglich den Erreger kennen, um das passende Medikament dazu auszuwählen.